1, 2, 3, 4, 5. Heute wird das französischste Review aller Zeiten gebacken, denn wir sind in Paris und es wird eine Ikone vorgestellt, nämlich der Renault 5, 5 oder eben 5 hat es in die Moderne geschafft, ist jetzt ein kleines bezahlbares Elektroauto und ultra hot. Nicht nur weil er hier in Pop Grün steht, sondern weil er innen zum Beispiel auch denimfarbene Sitze hat und eines der besondersten Autos ist, die ihr hier auf dem Kanal jemals erlebt habt. Bei uns gibt es übrigens jeden Tag um 17 Uhr ein Baguette Review von der bezaubernden Jessie oder einen Croissant-Schmanker von eurem Review-Bäcker Jan, das bin ich. Abonniert den Kanal genau jetzt, dann sehen wir uns morgen. Und was machen wir heute zusammen? Nicht backen, das kann ich nämlich nicht. Ich kann euch allerdings ein Review kochen und da werden wir drum rum gehen, die Optik anschauen, drüber sprechen, wie retro, futuristisch sie wirklich ist. Wir gehen in den Denim-Innenraum, sprechen über den Kofferraum, über den Akku, über die Reichweite, übers Laden. Habt ihr darauf Bock, dann alle? Ja, das Baguette behalte ich jetzt. Ist unser Freund für das Review und wie ein richtiger Franzose klemm ich es unter den Arm und das darf ich auch, denn wir leben ja nur 20 Kilometer von der französischen Grenze entfernt. Und ganz am Anfang, bevor es losgeht, spreche ich wie immer über unseren Kooperationspartner Go Leasy. Was machen die? Ja, die vergleichen für euch unter den etablierten Leasing-Anbietern. Schaut da gern vorbei. Ist eine genauso gute Sache wie ein heißes Baguette aus dem Ofen mit Butter drauf. Reicht. Und jetzt sprechen wir über die Historie von unserem R5 oder Renault 5 oder eben R5 und den gibt es seit 1972. Die zweite Generation kam 1984. Übrigens 1974 gab es wohl schon mal einen elektrischen mit einer Reichweite von 110 Kilometern und 1996 war das Auto dann nicht mehr gebaut. Was schade ist. Das ist in etwa so, als würde der Franzose aufhören Baguette zu bauen. Das kann ja wohl nicht sein. Also jetzt moderne Generation elektrisch kommt 2024 auf den Markt und angekündigt hat man das in Frankreich mit einem Concept Card 2021 und der sieht dem erschreckend ähnlich, was ja in unserer Branche immer ein sehr gutes Zeichen ist. Der steht jetzt auf der Ampere-Plattform, was früher die CMFB e.V., also elektrische Plattform war und gebaut wird da, wie könnte es anders sein, in Frankreich. Denn gutes Baguette, warum eigentlich auch immer, kommt immer aus Frankreich. Wir Deutschen bekommen das irgendwie nicht so gut hin. Warum eigentlich? Schreibt mir das gern mal in die Kommentare. Vielleicht wisst ihr das ja. Und dann spricht man über das Wettbewerbsumfeld. Und da ist Renault ein sehr guter Schachzug gelungen, denn, naja, das Auto ist unter 4 Meter lang. Und das ist sehr praktisch, weil da gibt es eben nicht so viel. Für mich ein Hauptwettbewerber ist der neue Dacia Spring Electric, der ja auch einen neuen Look und eben ein großes Facelift bzw. eigentlich eine neue Generation bekommen hat. Oder ein Fiat 500, ein Honda e, ein Mini Electric. Aber dann kommt auch schon der Stellantis Konzern mit Autos über 4 Metern. Das ist ein Opel Corsa, das ist ein Lancia Y, also ein sehr italienisch-ikonisches Auto. Das ist ein Fiat 600, das ist ein Peugeot E208, das ist ein Citroën EC3 und dann größer, erst wie der extern Stellantis, ein Volvo EX30 oder eine Aura Funky Cat. Spricht man über die Ausmaße en détail, ist das Auto 3,92 Meter lang, 1,77 Meter breit, 1,50 Meter hoch, kein SUV damit und hat einen Radstand von 2,74 Meter. Und die Ausstattungsvarianten, die sind nicht Baguette, Croissant oder Café au lait, sondern Evolution, Techno, Iconic, Five, nicht Cinq, Cinq würde der Franzose sagen. Fünf Lackvarianten gibt es und ab Techno ist dieses Pop Green hier nicht aufpreispflichtig, also ein echter Geheimtipp. Das Dach kommt dann in den höheren beiden Ausstattungsvarianten in Schwarz. Die Umrandung drumherum, die gibt es in Schwarz-Rot-Gold, also sehr deutsch eigentlich. Ich würde aber hier Schwarz nehmen, weil sonst wird das Auto halt dreifarbig. Es gibt auch noch Pop Yellow, was damals genauso wie das Pop Green 1970 irgendwie schon in der Preisliste war. Und ja, dann gibt es noch drei andere Farben wie, glaube ich, Weiß, Schwarz und eben Blau. Jetzt schauen wir uns die Farbe mal an und was zuerst auffällt, auf der Haube da vorne ist das Cinq, also die 5, die einen begrüßt, wenn man sich dem Auto als Fahrer nähert und die den Ladezustand anzeigt, nämlich in den 5 Stufen und Battery steht hier drin. Sehr praktisch, machen andere nicht. Jetzt schauen wir uns die Renault-Router hier vorne an und die findet sich dann wieder in der immer Voll-LED-Leuchte, die hier so diesen Doppelkasten eben drin hat. Französische Flagge hier vorne drin, dreidimensionale Tagfahrsignatur eben oben. Und unten ist sie wieder aufgegriffen, dann ja hier in diesem Doppelkasten eben drin. Sehr, sehr schick. Drei Öffnungen, drei Schlitze da, unten der Stoßfänger einigermaßen geschlossen. Was interessant ist, das Auto wirkt nicht sonderlich CW-Wert optimiert, sondern einfach nur schick. Es ist ein retro-futuristisches Design, ähnlich wie das, was Mini probiert oder wie das, was Honda probiert hat mit dem Honda e, nur eben ohne historisches Vorbild sozusagen. Und wenn man jetzt hier an die Seite geht, dann sieht man den mega langen Radstand. Was gut ist, weil obwohl das Auto unter 4 Meter lang ist, soll man viel Platz im Innenraum haben. Es ist immer frontgetrieben und das Dach hier jetzt in dem Fall schwarz abgesetzt mit dieser Reling hier drumherum. Wie gesagt, dafür gibt es drei Farben. Ich finde, Rot ist ein bisschen zu viel, weil es das Auto dann dreifarbig macht. Die Bremse, das soll ein System sein, was Rekuperation, normale Bremse und ESC kombiniert, wo es keine mechanische Verbindung von Bremspedal bis zur Bremse dann eben gibt. Felgen sind immer 18 Zoll groß, gibt es unterschiedliche Felgendesigns. Das hier gefällt mir besonders gut, weil ja, Super 5, Renault 5, hier in der Mitte rot, teilweise geschlossenes Felgenbett. Hier ist Plastik um die Radläufe, während es in der höchsten Ausstattungsvariante lackiert ist. Das gefällt mir ein bisschen besser. Und der Akku, der liegt hier unten. Aber erstmal schaut euch hier die Beklebung an, auch im Schweller. Genau hier eben, wo der Akku liegt. Und den gibt es in 40 oder 52 Kilowattstunden Fassungsvermögen. Dann kommt das Auto, was noch nicht homologiert ist, 300 oder 400 Kilometer weit. Den kleineren kann man in 3 Stunden 30 vollladen mit 11 kW. Der größere braucht 4 Stunden 30. Der kleinere kann 80 kW DC. Dann ist er in 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent, während der größere 100 kW kann und dann die gleiche Zeit, also auch 30 Minuten benötigt. Der kleinere Akku wiegt 240 Kilo, was das Auto 1350 Kilo schwer macht. Übrigens beleuchtet hier drin und der große wiegt 300 Kilo, was das Auto 1450 Kilo schwer macht. Mach mal kurz die Tür noch auf. Die Tür mache ich noch auf und zeige euch vorne den Blinker, weil das mir wichtig, der ist super süß, super sexy, unten integriert. Und jetzt sprechen wir über die Spiegelkappe. Schwarz hier lackiert, Dach hier oben schwarz abgesetzt. Und was ich gerne mag, ist, dass es vorne noch einen Bügeltürgriff gibt. Hier ist er, sehr gut. Was ich ergonomisch nicht so sinnvoll angeordnet finde, dafür allerdings schick, ist der Türgriff hier oben eben drin. Aber das machen viele Wettbewerber halt eben auch so. Wenn wir uns jetzt mal das Heck anschauen, dann gefällt mir das Auto von vorne schon gut, aber von hinten finde ich es fast noch besser, weil das Design natürlich so ein bisschen um die Kurve gestaltet ist. Und ja, jetzt laufen wir halt eben einmal drum rum. Ich mag es auch, dass man den vorne lädt, weil ich nicht gern rückwärts immer in diese Ladesäulen hinfahre. Und jetzt schauen wir uns mal die Leuchte an. Erstmal hier sehr schön gezeichnet, der einzige Renault mit einer aufrecht stehenden Leuchte. Hier ist der Blinker integriert und auf der Seite auch so ein kleiner, wie nennt man das, Cock? Also nicht Penis, sondern eben Hahn. Und wenn ihr jetzt mal hier hinschaut, sagen wir Renault oben ein Scheibenwischer und da hinten ist dann das Bremslicht untergebracht. Während wir hier die Kamera nach unten haben und der Diffusor einigermaßen geschlossen ist, zurückhaltend. Das ist schon ein sehr schönes Design. Die Anhängelast liegt bei 500 Kilo, während das Kofferraumvolumen hinten, und ich hoffe ihr habt eine Leuchte dabei, bei 326 Litern ist. Wie gesagt, noch nicht homologiert, insgesamt auch noch nicht ausgelittert. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist die relativ hohe Ladekante, die ihr besser erkennt im Vergleich zu mir. Ich bin 1,88 groß, wenn ihr ein Stück rausgeht. Auch dieses Teil neigt hier zum Verkratzen. Allerdings ist das Kofferraumvolumen größer als das von einem Dacia Spring und größer als das von einem Volvo EX30, der ja bei 310 Liter liegt. Und jetzt bauen wir mal die Hutablage raus und hier unten ist Platz. Zum einen für die Ladekabel schlecht, weil eigentlich hätte man sich einen Frunk vorne gewünscht. Jetzt wird man das wahrscheinlich hinten unterbringen. Und einen Adapter für die Weg-to-Load-Funktion. Die größeren beiden Motoren, die können nämlich bis zu 11 kW entladen. Weg-to-Load, damit könnte man zum Beispiel einen Grill, einen elektrischen, einen E-Bike oder einen Kühlschrank befüllen. Oder eben diese Weg-to-Grid-Funktion, dass man das Auto als Speicher für ein Aktivhaus benutzt. So, und innen seht ihr jetzt schon die Denim-Sitze hier. Die sind richtig cool aus meiner Sicht. Und ihr könnt sie im Verhältnis 2 Drittel, 1 Drittel umklacken. Ich habe dann hier unten eine kleine Ladekante. Das ist so, das ist auch ein Kritikpunkt. Aber ansonsten wirkt vor allem der Himmel super wertig designt, während die Klappe hier eher robust ist. Das reicht aus meiner Sicht. Und überall im Auto sind kleine Easter Eggs versteckt, wie dieser Hahn, der ja auch noch auf der anderen Seite ist. Jetzt mache ich hier mal zu. Zwei Hauben-Lifter auch. Wirkt relativ wertig und macht euch die Rückbank auf, dass wir uns mal anschauen können, wie viel Platz da hinten ist. Leichte Rückbank, geht also leicht hoch zu klappen. Und Denim-Stoff da drin ist ein Stoff. Kein wirkliches, ja kein wirklicher Jeans-Stoff, sondern eher so ein Denim. Und jetzt guckt mal hier den Himmel. Der sieht so ein bisschen aus wie in einem Tonstudio, ganz besonders. Sitze. Blau, blauer Stoff hier. Dann haben wir hier eine kleine Seitenwange, was ein bisschen Seitenhalt garantiert. Kopfstütze ist hier. Und in der Mitte, das ist eben der Vorteil der Plattform, keinen Tunnel. Allerdings Nachteil, es gibt keine Lüftungsdüse oder USB-C-Anschlüsse hinten. Da seht ihr es. 1972, der Turbo 1980, 1984 der SuperSank und jetzt 2024 das neue Modell. Integriert hier nochmal so ein kleines Fach und eine Kopfstütze, die sich in dem Fall hier verstellen lässt. So, eine angedeutete Einstiegsleiste da unten. Und in der Tür drin gibt es ja eigentlich kaum eine Polsterung. Was schade ist hinten, dafür ist sie ganz solide ausgeformt, würde ich sagen. Eher aufwendig für eine Kunststofftür. Und der Türgriff hier in schwarz, Fensterheber hier. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir nach vorne und sprechen über die Motoren. Reicht das zum Turbo oder zum Turbo GT oder ist es einfach nur eine normale Motorisierung auf der Plattform? Erstmal, das Auto wiegt, das habe ich euch ja schon gesagt, deutlich unter 1,5 Tonnen. Deswegen braucht er gar nicht so viel Leistung. Basismotorisierung sind 70 kW, was umgerechnet 95 PS sind. Drüber kommen dann 90 kW, was 120 PS sind. Und hier der Motor, der zum Marktstart verfügbar ist, sind dann 150 PS. Und der wird 245 Nm Drehmoment spendiert bekommen. In unter 8 Sekunden auf 100 gehen und 150 kmh schnell werden. In der Variante hier jetzt eine Reichweite von 400 km bringen. Was das Auto natürlich prädestiniert für die Stadt macht. Aber ich würde sagen, wir schauen uns mal den Innenraum an. Der ist nämlich genauso besonders wie ich. Haben die mir in der Schule immer gesagt, du bist ein sehr besonderer Junge. Ich weiß nicht, ob das gut war. Aber dieses Auto ist es auf jeden Fall. Da lege ich mich fest. Ihr sollt trotzdem bis zum Fazit dranbleiben. Denn da verrate ich euch den Preis. Und Jessie kommt gleich mit dazu. Kommt mit. Ehrlich sagen muss ich euch, vom Urmodell bin ich nicht so hooked. Weil, naja, das kam irgendwie vor meiner Geburt. Und als es geendet hat, 1996, war ich echt 8 Jahre alt. Trotzdem, wenn ich den sehe, vor allem als Turbo, finde ich den R5 richtig hot. Und vor allem der R4, der hat es mir fast noch ein bisschen mehr angetan. Bin mal gespannt, was Renault da noch so im Köcher hat. Apropos Köcher. Wir haben hier einen drin, nämlich als Baguettehalter. Sehr, sehr witzig. Aber jetzt würde ich sagen, sprechen wir mal über die Details. Was ich euch sagen muss, das Infotainment ist noch in der Demo-Version. Macht eine tolle Begrüßungssequenz. Also wenn die durchfährt, spreche ich es dann gleich an. Guckt mal, der Himmel hier. Der sieht natürlich auch vorne aus wie in einem Tonstudio. Was man sagen kann hier vorne. Der Spiegel ist in der höchsten Ausstattung rahmenlos. Und die Sitze. Haben hier diesen Denimstoff. Geben toll Seitenhals. Sind zum Großteil recycelt. Hier nochmal so ein brauner Stoff. Eine Kopfstütze, die auch verstellbar ist. Und ich bin 1,88 groß und habe noch eine Faust nach vorne hin Platz. Was sehr, sehr gut ist. Wenn wir den Schwenk vorbeimachen am ja fast schon quadratischen Lenkrad. Was im Gegensatz zu Peugeot eben vernünftig groß ist. Und nicht so spielerisch klein an dem Display, was hier 10 Zoll ist. Serienmäßig 7 Zoll. Aber das Infotainment hat immer 10 Zoll. An dem Stoff hier im Dashboard muss man sagen. Zwar tolle Ambientebeleuchtung da drin. Aber bei der höchsten Ausstattung kommt hier vorne noch ein Renault 5 rein. Was noch ein bisschen cooler aussieht. In die Tür rein. Da seht ihr halt wieder diesen Denimstoff als riesigen Bezug in der Tür. Da hat man wohl von dem Fehler, den VW anfänglich bei den ID-Modellen gemacht hat, offensichtlich gelernt. Eine ganz leichte Polsterung für den Arm. Das ist mir ein Müh zu wenig. Platz in der Tür. Allerdings nicht übertrieben viel Platz. Und keine Einstiegsleiste. Dafür ein 5 in der Fußmatte. Und es gibt keine Polsterung hier. Und was jetzt interessant ist. Schaut mal. Es gibt so kleine Teile. Zum Beispiel aus dem 3D-Drucker. Die man hier nehmen kann. Da kann man Blumen rein machen. Wenn man es braucht beim Fahren. Oder ein Baguette, was der Franzose braucht. Und guck mal hier. Es gibt keine Polsterung zum Knie hin. Dafür hier ein Handschuhfach. Denimstoff hier. Die Lüftungsdüse. Die ist sehr, sehr schick gestaltet. Aus meiner Sicht. Und jetzt müsste gleich auch diese Begrüßungssignatur kommen. So viel Zeit muss sein. Jessie erzählt mir jetzt ihren Lieblings-Frankreich-Witz. Wie viele Baguettes passen in den neuen Renault 5? Alle. Da ist es. Da ist es. Schon schick, oder? Ja. In Verbindung dann mit der Haube da vorne. Und diesem Google-basierten Betriebssystem. Und Renault. Also dem kleinen Avatar. Der hier dann drin ist. Und die Sprachsteuerung unterstützt. Sehr praktisch. Lüftungsdüsen wieder hier. Eine echte Steuerung für die Klima. Mit echten Knöpfen hier. Warnblinker mache ich mal an und zeige hinten mal noch, wie der Blinker integriert ist. Das habe ich nämlich leider vergessen. Ich habe mir vorgenommen, öfter mal Licht und Blinker eben zu zeigen. Und dann arbeiten wir uns, würde ich sagen, hier vor. Hier gibt es dann ein kleines Fach. Elektrische Bremse. Hier unten ist eine induktive Ladeschale mit einem kleinen R5 drin. Zwei USB-C-Stecker. R5 nochmal hier. Und man hat sich hier so eine kleine Matte gegönnt, die man rausnehmen kann, um das Auto einfacher zu säubern. Was überlegt? Denn aus dem 3D-Drucker sollen verschiedene Dinge kommen, wie hier zum Beispiel so ein kleines Innenleben. Hier nochmal was, wo man das unterteilen kann. Das sind Mülleimer, schätze ich. Und hier, Armauflage. Schick gepolstert. Bisschen Platz nochmal hier drin. Und jetzt kommt sie rein, die ganz nah an der französischen Grenze lebenden Mademoiselle Jessica. Hallo. Also, ich glaube, das ist ein Liebesmülleimer, wenn überhaupt. Que tu trouves le nouvelle voiture Renault 5? Le nouveau Renault 5 me trouves bien. Muy bien. Muy, très bien. So, jetzt schauen wir hier mal. Weißt du, was da reinkommt in den Liebesmülleimer? Kondome. Pariser. Guck mal hier. Für alle Assistenzsysteme im Verkehr, damit man da sicherer unterwegs ist in Paris, haben wir hier diesen Knopf. Hier ist dann die Steuerung für die Fenster. Und Lenkrad oben abgeflacht, an der Seite ein bisschen flach, unten abgeflacht. Multisense ist fürs Pariser Gefühl hier drin. Bedeutet, die Farmo, die werden verknüpft eben mit Lichtstimmung und alles richtig gut. Renault Raute hier drin. Assistenten auf der linken Seite und die Steuerung für das Cockpit da. Und über das sprechen wir jetzt gleich. Und hier seht ihr die Geschwindigkeit, Füllzustand vom Akku. Auf der Seite die Reichweite. Es wird offensichtlich Rekuperationsstufen geben, denn da sind sie. Und da vorne ein Cock. Le Cock Sportif ist nichts schmutziges, sondern heißt Hahn auf Französisch. Arthur et un perroquet. So wird es dann aussehen, wenn man es wahrscheinlich zumacht. Beziehungsweise hier kann man das Auto an- und wieder ausmachen. Und jetzt spricht man über das Infotainment, kommt dann ab den höheren Ausstattungen eben mit Google verbunden. Und ihr seht schon, praktisch, weil Google eben den Vorteil hat, erkennt Frauenstimmen gut. Wir selbst nutzen eigentlich immer Google, wenn wir... Frauenstimmen. Ja, schau mal hier vorne. Auch übrigens gut gelöst. Sieht man dann den Füllzustand vom Auto, die Reichweite. Wahrscheinlich, wenn man es abschließt, wird es so sein. Auch wirklich sehr realistisch, der R5 hier drin. Erzähl mal was zu den Sticks hier noch. Achso, die Sticks. Da habe ich sie dabei. Guck mal. Hier sind verschiedene Aufsätze. Und die kann man dann auch irgendwie aus dem 3D-Drucker nehmen. Und wenn einem der hier zu all wird für die Gänge, kann man zum Beispiel den hier drauf machen. Oder den hier. Oder den hier. Könnte man Janni draufschreiben. Jesse 5, 6. Oder auch die Größe für die Pariser. Hier unten Lautstärkeregler. Und hier sind mir eigentlich mindestens ein Lenkstockhebel zu viel. Aber okay. Und jetzt spricht man halt hier über das Infotainment. Hier ist Renault. Ein kleiner Avatar, der einen ein bisschen erinnert an die Windows-Klammer. Und der hilft einem dann. Google-basiertes Betriebssystem dahinter. Wird eine Ladeplanung natürlich dann integriert sein. Kann man sich die... Ja, perfektes Timing. Als ob du es gedrückt hättest. Kann man sich dann die Tankstellen bzw. Ladestationen anzeigen. Schöne Ladeplanung machen. Funktioniert gut. Hier wird es eine Übersicht über die Apps geben. Ja, hier dann alles irgendwie zum Auto. Über Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto wird dann wohl hier das Handy verknüpfbar sein. Unten seht ihr dann, gibt es eine Lenkradheizung. Die Klima ist hier drin. Wärmepumpe übrigens hier drin. 19 Liter Staufächer insgesamt. Und... Habe ich irgendwas vergessen? Und... Ich glaube, du hast schon sehr viel erzählt. Super sympathischer, schöner Innenraum. Ach, so der Innenraum. Wahrscheinlich wird er viel piepsen. Piepsen? Ja, so Renaults piepsen doch immer ein bisschen. Weiß ich nicht. Wir werden sehen. Ich finde, du piepst viel. Sollen wir ein Fazit machen? Ja. Ich finde, du könntest mir auch mal Blumen wieder schenken. Überhaupt mal schenken. Noch nie geschenkt bekommen. Maisalor, c'est un très bel jour à Paris. Lasst uns über das Fazit sprechen über die Ausstattungsvarianten. Evolution. Evolution ist hier. Hier seht ihr auch den Stoff. Übrigens die Lackfarbe Pop Green. Da ist dann weiß, die Innenraummaterialien. Das Zunk in grün. Hier haben wir unsere Ausstattungsvariante. Nämlich Techno mit dem Jeansstoff. Mit einem Blau hier. Die Materialien wunderschön gezeigt. Und auf der Seite ist die höchste Ausstattungsvariante. Iconic. 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 Rot, gelb. Wunderbar gemacht. Und was auch schön ist, dass wir hier diese kleinen Teile haben, die ich euch innen gezeigt habe. Die man zum Beispiel aus dem 3D-Drucker holen kann, wie das hier. Und der Franzose hat überall ein Baguette versteckt. So, jetzt wird es großartig. Wir sprechen natürlich über den Renault 5 oder 5. Was ist unsere Meinung? Hat die Welt auf das Auto gewartet? Natürlich hat sie darauf gewartet. Denn der ist ikonisch. Wie schon beide Vorgängergenerationen, die es ja auch als Turbo oder als Turbo GT gab, hat der wirklich was Besonderes. Und ich fand eine Sache bei der Elektromobilität immer so schade. Die Autos waren am Anfang oder sind sie ja teilweise immer noch glatt gelutscht. Sehr CW-Wert optimiert. Er gibt bestimmt auch für Langstreckenautos super viel Sinn. Aber für so ein Auto, was ja auch viel in der Stadt bewegt wird oder hauptsächlich in der Stadt bewegt werden soll oder wird, ist es natürlich gar nicht so entscheidend. Deswegen kann man hier eine Form auf die Räder zaubern, weil es ja auch kein SUV ist, die einfach mal, ja was, fürs Herz ist. Genauso wie die Blumen hier oder wie so ein Baguette kann das Auto was. Und ich garantiere euch, das wird es irgendwie ins MoMA oder im Museum schaffen. Das ist toll, was Renault da gemacht hat. Wettbewerbsumfeld elektrisch ist noch nicht so groß und Preis-Leistung bei diesem Auto wird auch sehr gut sein. Übrigens, der Innenraum, super digital, super besonders, passt eigentlich perfekt zum Auto. Und ich will Renault einfach mal, das war jetzt nichts, gratulieren für dieses Auto. Jetzt geht es aber um eine ein bisschen negative Sache. A cette voiture und das ist le prix. Der wird wohl unter 25.000 Euro beginnen. Allerdings bin ich sicher, dass er halt in der Motorvariante mit 150 PS mit dem großen 52 kWh Akku in der höchsten Ausstattung dann, was das hier ja nicht ist, über 30.000 Euro liegen wird. Genau kann ich es euch nicht sagen. Was ich euch allerdings sagen kann, ist ein Trick, nämlich, dass er bestellbar sein wird ab Sommer 2024 und dann bei euch landen wird wohl im Herbst 2024. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, ist dieses Auto eine Blume? Merci pour votre travail à filmer. Oder ist es eher ein altes Baguette oder ein neues, frisch aus dem Ofen, was der Review-Bäcker gerne hat. Hier seid ihr übrigens gelandet bei der Carcash Review. Bei uns gibt es jeden Tag ein frisches, saftiges Butter-Baguette von der bezaubernden Jessie oder ein... Prioche von mir. Abonniert den Kanal genau jetzt und dann sehen wir uns.